E-Werk Wels AG. Viele Dienstleistungen, ein verlässlicher Partner. Wels Strom. Saubere und sichere Energie zu fairen Preisen liefert Wels Strom. Eigene Kraftwerke erzeugen umweltfreundlichen Strom, welcher mit großer Versorgungssicherheit zu den Haushalten, dem Gewerbe und der Industrie geliefert wird. In Wels erhält man wertvolles Wasser. Bestes Trinkwasser direkt aus den Voralpen, in höchster Qualität und das rund um die Uhr. Ein echtes Stück Natur also, zum Trinken und Genießen. Benütztes Wasser geben wir gereinigt an die Natur zurück. Ökologische Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Ziel, sondern tägliche Realität. Die Welser Fernwärme bietet absoluten Komfort und höchste Versorgungssicherheit. Außerdem ist sie besonders umweltverträglich. Unsere langjährige Erfahrung macht es möglich, einen attraktiven Preis zu garantieren. Die Erdgasversorgung. Erdgas kommt vielseitig zum Einsatz. Beim Heizen, Kochen oder auch beim Autofahren. Erdgas ist sauber, umweltfreundlich und kann sehr platzsparend eingesetzt werden. IT&Tel, ein Geschäftsbereich vom E-Werk, hat die Welten von Informationstechnologie und Telekommunikation vereinigt. Modernste Technologien werden zu umfassenden Dienstleistungen gebündelt, wie Standortvernetzungen, Internet-, E-Mail-Dienste, Datensicherung, Security- und Telefonkonzepte. Lust auf Licht bekommt man mit der Kommunaltechnik des E-Werks Wels. Auf Schritt und Tritt begegnet man den innovativen Beleuchtungskonzepten in ganz Österreich, zum Beispiel auf Straßen, Plätzen und Gebäuden. Mit den Signallichteinlagen vom E-Werk Wels kommen sie sicher durch den Verkehr. Weihnachtliche Stimmung im ganzen Land verbreiten die innovativen Weihnachtsbeleuchtungen. Technik zum Wohlfühlen errichtet der Elektroanlagenbau vom E-Werk Wels. Ihr Spezialist bei modernen Elektroinstallationen aller Art. Was gibt es Schöneres als ein wohliges, warmes Zuhause? Das E-Werk Wels gestaltet ihr individuelles Bad oder zaubert sogar eine gesamte Wellness-Oase in ihr Heim. Eine neue Heizung vom E-Werk Wels bringt viel Komfort, spart Energie und Heizkosten. E-Werk Wels Solutions ist der Spezialist beim Thema Energiesparen und erneuerbarer Energie. Energieausweis, Energieoptimierung und Gebäudesanierungen werden durch unser bestens geschultes Team professionell abgewickelt. Ein eigenes Kraftwerk am Dach bringt Unabhängigkeit und ist kostensparend. Die Sonne schickt ja bekanntlich keine Rechnung. Mea Solar ist ein Tochterunternehmen des E-Werks Wels und errichtet Solaranlagen und Photovoltaik-Kraftwerke mit 30-jährigem Know-how. Am Kaiser-Josef-Platz in Wels erwartet sie kompetenter und freundlicher Service im Kundenzentrum. Ein Ort für alle Anliegen und Anlaufstelle für jeglichen Kundenwunsch. Hier fühlt man sich verstanden und wird von den Mitarbeitern bestens beraten. Rund um die Uhr für sie im Einsatz, um ihre Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern. E-Werk Wels – ein starker Partner in allen Lebenslagen.